Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Scum. So, ach ja, die gute Waldtraut ist am Verhungern, aber alles hat einen Vorteil. Also am Verhungern fällt mir jetzt zwar keiner ein, aber wir haben das neue Update. Ich hoffe, ich bringe das rechtzeitig zur gewunden üblichen Zeit heraus. So, ich nehme nämlich hier um knapp 20 Uhr auf. Ja, alles noch dann schneidern, rendern, das wird alles eine Herausforderung. So, aber apropos Herausforderung, wir sind jetzt hier und wollen hier mal einsteigen mit dem neuen Update. Ja, ich habe mir das durchgelesen, was jetzt da alles ist, ist okay. Ja, so, schauen wir mal, ob es uns begeistert. Oh ja, natürlich, es muss der Kürbis sein, es muss der Kürbis sein, es muss der Kürbis. Wir nehmen ihn dann eh mit, keine Angst. Nö, nö, Kürbis kommt mit, die gute Waldtraut. Wird ihn sich einverleiben. Nö, 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 aber jetzt geht es nach oben, da liegt die Laich. Da liegt immer eine Laich. Da liegt nicht immer eine Laich. Diesmal gibt es keine Laich. Hm. Na gut, dann mal in die Säcke krabbeln. Nö, nö. Ah, 100 Prozent. Moment. Oh ja. So, mal Schnee die Hose wechseln. Das gefällt der guten Waldtraut. Ein neues Höschen. Also, Höschen. Hose. So. Toilette. Gute Idee eigentlich. Stopfwechsel. Unterernährung. Phase 4. Oh mein Gott. So, was tun wir mal gegen. Ja, wir könnten uns jetzt ansaufen. Saufen. Moment. Nö, hier. Handwerk. Wenn wir jetzt das hier machen. Wir haben. Wir haben. Weitraut hat in Ruhe. Eine Säge. Sie braucht zwei Schrott. Einen Bolzen. Tape hat sie. Zwei Schrott und einen Bolzen. Okay, das werden wir da kriegen. Jetzt habe ich gar nicht. Jetzt habe ich nicht auf den. Oh, wir müssen Pipi machen. Oh, wir müssen Pipi machen. Pipi machen. Dann machen wir da mal zu. Oh, wir müssen Pipi machen. Dann werden wir das mal tun. Ja, komm Weitraut. Denk an den Wasserfall. Na, das war ja nicht besonders langwierig. So, Weitraut. Yeah. Wo findet man jetzt schon... Oh, der Kürbis. Den kann ich da nicht so stehen lassen. Oh mein Gott, wo war denn der Kürbis? War der da? Ja, der Kürbis. So, dann würde ich mal sagen... Ja, einfach alles essen. So, Stopfwechsel. Guter Magen ist null. Pipi geht. Ja. Ihr wisst, was dann geschehen wird. Ich hoffe nicht in einer gefährlichen Notsituation. So. Ja, ja, ja. Komm, mach weiter. So, und mehr als 40 will ich eigentlich nicht. So, dann würde ich sagen... Wir laufen mit dem Kürbis in der Pfote. Einmal rund um den... Oh, da kommt man auch rein. Aber... Da ist so ein Garagenteil. Da ist eine Säge. Können wir den Kürbis da oben platzieren? Nee, kann man nicht. Nee, nee, nee. Nee, 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 nee. Aber einen Schrott hätten wir da. So, ein Schrott. So, da ist eine Garagée. Garagée verspricht ja normalerweise auch lustige Dinge. Ja, ich habe es gesehen. Es blinkt mich leicht an. Jetzt halt nimmer, aber vorher. So, die Limitenbrowser. Die werden uns dann auch ein... Wahnsinn, was wir alles für Zeug haben. So, Schrott. Ich brauche Schrott. So, die Bolzen kommen da auf den Boden. Sehr gut. Ich bin am Verhungern schon wieder. Ich habe doch... Ich, ich, ich... Ach, mein Gott. So, Schrott. War ich jetzt noch Schrott? Genau, ein Schrottteil brauchen wir noch. Finden wir Schrott in diesem Müllhaufen. Okay, da nehmen wir an Apotheke. Ich glaube nicht, dass wir in der Apotheke Schrott finden. Aber wer weiß. Wer weiß. Hallöchen. Zuerst mal durch die Fenster lugen. Und dann durchlatschen. So, da liegt eh auch keiner. Essen wäre fein. Irgendwas. Komm, in den Kühlschrank, das Bier. In der Mikrowelle die alten Spaghetti. Alles alt. Na, was haben wir da Schönes? Oh, ein sauberer Fetzen. Den werden wir aber austauschen mit einem schmutzigen Fetzen. So. Ja, da ist die gute Beitraut pingelig. Ja, auch nicht wirklich, oder? So, hier. Da liegt keiner. Machen wir da mal auf. Liegt da einer? Nö. So, wir befinden uns hier in so einer Abstellrumpelsachenzeugkammer. Vielleicht finden wir hier ein Teil. Schaut, ein Teil fehlt uns nämlich noch für unsere heutige Queste. Die Queste, die Beste. So, da ist nichts drin. Ja, Gummis. Wir finden wahnsinnig viele Gummis. Möchte man weiter damit was sagen? Möchte man weiter damit was sagen? Möchte man weiter damit was sagen? Ja. Ja, die Axt wäre sup. Warum kann ich Ihnen das nicht? Ich will das, ich will das tragen. Ich will das, ich will das, ich will das. Ich will es in der Hand halten. Ich will den Schrott tragen. Ich will ihn spüren. Ich will ihn hierher legen. So, und die Axt nehme ich mal in die Hand. Ach, das hilft mir nichts beim Runterklettern. Verdammt, wir haben einfach viel zu viel Zeug. Äh, noch immer ein Kürbis. Die Lappen kommen in die Jeans. So. Schauen wir da nochmal rein. Oh, eine Nuss, eine Nuss. Das ist was, was in den Magen muss. Also das, Metallschrott. Super. So. Äh. Okay, ich lasse sie für später, für später hier liegen. Wobei, wir bräuchten es wahrscheinlich dann fürs Bäumefellen. Hm. So, wir wandern jetzt mal mit dem Schrott in dieses, äh, Kabuff hinein. Kabuff hinein, Kabuff hinein. Hm, Schrott. Ähm. Dann haben wir da noch irgendwo Schrott. Und, so, nö, Handwerk, wir brauchen für das Ding hier, jetzt, ein Small Wooden Lock. Ein Small Wooden Lock. Da, 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 da. Hm. Dann würde ich sagen, wir holen uns das Ein Small Wooden Lock. Nachdem wir diese Nuss gegessen haben, diese köstliche, bekömmliche. So. Jawolle. So, ein Small Wooden Lock. Feuer, nein, 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 lecker Larve. Lecker Larve, lecker Larve. Stoppwechsel. Ja, heftige Unterernährung, aber, mein Gott, was soll's. So, äh, der ist groß, den fällen wir. Mit der Säge draufschlagen, auf den Baum. So, und haben wir hier jetzt einen Small Wooden Lock. Ist ein Holzscheit ein Small Wooden Lock? Wir wissen's einfach nicht. Wir können das an diesem Punkt nicht sagen. So, ist, ist das ein Small Wooden Lock? Gut. Ich würde sagen, nein, aber, ich, keine Ahnung. Wir werden sehen, es ist nicht so, dass wir es nie erfahren werden. So, Handwerk, geht das? Nö, gut, dann brauche ich ein anderes Small Wooden Lock. Was, das, was man aus Büschen manchmal kriegt? Oder aus diesen kleinen Bäumchen? So, wir schlagen mit der Säge ganz gewaltig auf diesen Busch. So, Inventar. Small Wooden Lock. Ach Gott, jetzt habe ich schon wieder die Säge da in der Pfote. Small Wooden Lock. Ja, das nehmen wir mit. Wir haben auch ganz viele kleine Ästchen. Da könnte man Pfeile bauen. Keine Ahnung. Hat letztens mit dem Bogen ja nicht so funktioniert, wie wir wollten. Da gab es dann das Kommentar, das liegt... Wieso habe ich da eine Säge und da eine Säge? Ach so, da lag eine. Gut. So, Handwerk, ja, super. Herstellen. Ja, genau, da gab es das Kommentar, vielleicht ist es der falsche Bogen für die falschen Pfeile. Zuerst habe ich mir gedacht, das kann doch nicht sein, weil, äh, ein Bogen, Pfeile. Aber es kann doch sein. Also, es funktioniert ja in diesem Spiel nach dem Prinzip, richtige Munition für richtige Waffe. Warum? Also nicht auch beim Bogen. Kann ich mir vorstellen. Kann sein, muss nicht sein. Ist vielleicht so. So, improvisierte Schrotflinte. Wir machen jetzt etwas Schreckliches, gar Fürchterliches. Vorher essen wir natürlich noch ein wenig Kürbis. Damit wir dann das Schreckliche, Fürchterliche irgendwo in den Wald machen. Nein, natürlich suchen wir uns eine Toilette. Wir werden die Improvisierte gegen, und jetzt kommt's, die Hunter austauschen. Ja, das ist wohl so. So, ja, passt. So, Kürbis kommt hierher, die Hunter kommt hierher. Nein, wieso tust du das? So, Handwerk, super. Hm. Auch interessant. Aber da brauchen wir extrem viel Zeug. Wahnsinn. So, äh, da. Ähm, ich schaue nur gerade. Cartridge. Was ist alles? Es gibt einen Laserdetonator. Den bauen wir uns dann als Holz. So, ja, fürchterlich, es ist schrecklich, weil wir lassen die Hunter da. Die hat mehr Munition, mehr Schuss, also mehr Schuss in der Waffe. Ähm, so haben wir, war da die Brause drin? So haben wir halt immer nur, nein, da war sie nicht drin. So haben wir halt immer nur einen Schuss. Ähm, ja, ist so. Der letzte Schuss. Nein, da war er nicht. War da die Brause? Nö, da war die Toilette. Aber, wenn wir schon hier sind, Stopfwechsel. Ich möchte das Thema gleich erledigt haben, bevor es denn später zu eng wird. Na, 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 na. Na, na, na. So, ja. Ja, manche Dinge sind schwierig im Leben. Vielleicht findet man auch ein Haarfärbemittel, weil die Haare scheinen dünkler geworden zu sein. Die müssen wir uns heller vorhaben. Ja, die können heller, heller, die vorhaben. Ähm, hellblond. Weißblond. Färbemittel. Nein, machen wir nicht. Machen wir natürlich nicht. Also, selbst wenn es das gäbe, naja, komm, wenn es das gäbe, würden wir es ausprobieren. So, natürlich im volltrunkenen Zustand. Tee, 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 tee. Oh, was ist da drin? Nö, will ich nicht. Da drin? Nö, will ich nicht. Nö, will ich nicht. So, wir haben die improvisierte Schrotflinte. Wir haben ein Hämmerchen. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. So, Moment. Und jetzt werden wir es gleich testen. Es kommt nicht runter. Hallo? Da hängt der Tür, Tür. Ja, manchmal sind so Türen schon schwierig. Oh. Waking up the Neighbors. Deleting. So. Oh, die hat Leggings an. Ja, aber schmutzig. Sind schmutzig. Die wollen wir nicht. Sind, bäh. Sind vom Zombie. Ansonsten, wenn ich die jetzt in die Pfote nehme. Sind sie was? Naja, wenn ich die mit Nähzeug bearbeite. Hier, Nähzeug. Sind sie zwar genäht, sind aber wieder lieb. Wir könnten das testen. Wir könnten das trotzdem testen. Ich kann sie nicht in die. Ich kann, ich kann nicht. Ich. So, Repair. Oh, nein. Ich bin gespannt. Wir ruinieren uns jetzt das Nähzeug für schmutzig, dreckige Zombie Leggings. So. Die stecken wir da rein. Nein, ich bin gespannt. Wir lassen es mal in der Tasche. Schmutzig ist vom Zombie. Moment. Habe ich nachgeladen? Ja. So. Ich schmutzig ist vom Zombie. Wir können es aber dann später. Oh, ein Bini. Hm, 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 hm. Und Blini. Das wäre es jetzt auch. So, da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Die Nadel. Nadel. Hm, 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 hm. Na, reich bestückt war diese Apotheke auch nicht. Doch, es gibt immerhin eine Schere. Da, 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 da. Geht irgendwo die Tür auf. So, Moment. Jetzt schauen wir mal kurz auf die Map. Wir wollen uns orientieren. Die Frage ist, gehen wir Richtung Nordwesten oder Richtung Nordosten? Wir vorhauen. Beides ist nicht gut. Tee, 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 tee. Oh, schön bunte Kleidung. Schauen wir mal rundherum. Hallo? So, da können wir uns die Yoga Leggings antesten. Hallo? Jemand? Nein, keiner zu Hause. so wie schon mal rein vielleicht irgendwas hübsches zum ankleiden wir jetzt auch schön ja essen natürlich wichtig und ist gar nicht schlecht aus aber wir haben uns hunderter soldaten das ist auch gut so wenn wir dazu machen kommen auch nicht ans kästchen sehr gut so was haben wir da noch ein kasten so legt ich mal hin so pass auf wei traut wenn du diese ja mit diesem kürbis können wir kuscheln also wenn du diese leggins jetzt sagen wenn du diese leggins jetzt unabhängig davon dass es ja wie sagte einst jemand so schön es sieht doch billig aus ja das tut und ich habe nähset verbraucht schade ums nähset aber es ist es ist okay es ist okay es ist das ist nicht okay so schnell wieder ankleiden wo ist jetzt meine da ist meine hose ganz gemütlich den kürbis verzehren sofort umfallen moment das will ich noch mal sehen so und wenn ich jetzt wenn ich jetzt abbreche fällt sofort um weiter mit ihrem lieblings kürbis cooles bild aber irgendwie oder ja ich denke schon so wir stehen mal auf wir haben den lieblings kürbis dabei das zeug lassen wir da so wir haben platz ja die leggins wir lassen es da das daneben so wie das gewand hier sieht man auch schon die flicken dran naja ich bin noch verhungern habe gerade kürbis gegessen ist gut reingestopft wie nur was so schließen öffnen nein schrott und einhabernd nägel schrott bolzen und ein haarband so mein kürbis verloren wo ist er jetzt hinter kürbis ach so er liegt wieder da verdammt denn werden wir so nicht los hallo da liegt eine säge wenn wir gleich mal an schon 73er säge wo die 98er anschein was haben wir 98 außerdem sind unsere weiß die passen besser so alles in allem haben wir jetzt eine einschüssige schrott wo ja die säge wollte ich noch anschauen was war mit der 73 unsere ist doch besser oder so alles in ein sind wir zwar heute geografisch nicht weit gekommen aber wir haben die schrotflinte gebastelt mit teilen die herumliegen und wir essen laufen und so dann ist mir die zweite lave auch noch weil dann würde ich sagen wir haben für heute eigentlich eine ganz gute leistung abgeliefert so sehr gut sehr gut sehr gut lave 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 ist das schön so die frage bleibt natürlich in welche richtung geht es dann weiter wohin wird weithaut sich wenden wir werden sehen gemeinsam morgen um viertel zehn oder viertel nach neun je nachdem wie man sagt so bis dahin danke